Hey Leute, was geht und das ist Teil 2 von Folge 2. Okay, so viel Spaß. Na gut, ich hatte nicht mehr die Idee, den Fressen, nice. Was ist das? Das ist eine lange Geschichte. Okay. Okay. Okay, warte, so, ich kann mir jetzt einen, einen, einen Phase-Station machen. Achso, ne, ich kann mir, das mache ich mir, das juckt mich absolut gar nicht. Ich weiß schon, was ich mir brauche, einen, einen, einen. Wieso brauche ich so viele Sachen? Oder was ist das? Alter. Ich gehe mit zwei Mal Silberherz. Ich werde meine Schäden machen, wenn du es magst oder nicht, Baby. Wenn du es magst oder nicht. Ich kann das alles mental nicht mehr. Ja, ich gebe noch eine Batterie, please. Ähm... Das Spiel will ich doch nehmen, oder? Also, ich steige hier aus. In der nördlichen West. Ich werde meine Plante brauchen. So, entschuldige mich. Ich werde meine Schäden machen. Ich werde meine Schäden machen. Ich werde meine Schäden machen. Ich mache meine Schäden machen. Ich werde mir das machen, oder? Ich werde meine Schäden machen. Ach so! So, warte. Ich kann mir jetzt, ähm, oben... ...habe ich dich nicht schon... gescannt? I did not Okay, was hast du mir doch egal Dann gehe ich jetzt So, äh, hier Okay, ich gehe lieber nach unten That does not look good Trittanian Copper Okay Okay, okay Jetzt ist es etwas besser Es ist etwas besser Das ist neu Achso, werde ich mir wahrscheinlich nicht genau da gedacht Ich bin letztes Mal Ich Ich Digga, mein Brain tut mir das nur anzuschauen Okay, 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 okay Ich brauche diese Pflanzen, sorry Ich brauche die für Batterie Und hier nochmal Aber es ist noch eine ungerade Zahl Und mit einer ungerade Zahl kann ich nicht eine gerade Batteriezahl machen So Dann bis gleich Excuse me, but what are you, my guy Oh damn Oh damn Na, ich will dich nicht Oh, da, wo bist du? Ich will dich nicht Kannst du hier schön bleiben Und ich weiß Wo du bist Tschüss ... ... ... ... Hallo, hallo Puh, hier war nix Hier war nix Was ist der Insel Explorer? Fuck, no Jetzt Das ist einfach ein Zeichen Ich muss diese Insel jetzt erforschen Oh, geiler Schropp Schropp, Schropp, Schropp Oh Okay, well, excuse me Man kann es schneller schnachten Ah, naja Da spiel ich nicht multiplayer, aber so Du bist multiplayer 2 wird multiplayer Wegen dem Trailer Aber ich freue mich hier rechtlich Ja Hallo, du bist richtig, hey Ähm Hier rein, oder? Wie, das ist ein schöner Oh Oh Haben wir es gefunden Oh, es ist nur die Treffe Okay Was ist Menschlich hier? Nein Oh Alter Follow the train Till you see a snail Oh, baby Oh Nein Geht Geht Erstmal aufschneiden Oh, man Oh Ich hab das gewunden Was ist das? Okay 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 I don't understand quite a bit, okay Okay BDA gefunden Alterra Alterra warte wo gibt es nun mal diese diese hier das das will ich naja naja das kann ich irgendwann nicht aufgeben so that's a bit of weed oh my stop right there altera you're out of bounds i'm not with altera then your position is doubly precarious what do you mean if you're telling the truth you're out of your mind if you're lying there'll be hell the pain who are you d r ski und ich kann gerade nicht atmen exo ist es es ist es als meine technologie will allow In der Zukunft hoffe ich, dass du mit einer Frau in der Exo-Suite bekommst. Ich bin in der letzten von einer sterben Beziehung. Wenn du dich kompromissierst du dein Leben, eine specie ist, dass du sie nicht so gut ist. Was macht dich, dass du sie trotzdem so gut ist? Vielleicht ein bisschen grumpierig, aber wer würde es nicht? Ich bin hier alleine alleine. Sie hat mir nicht auf meine Beziehung. Und sie ist gut geholfen. mädig ordnungsvoller sieben die schien abgeladen zu pd wünschen ohr ist mein bett drehstuhl und das nehme ich gerne mit ist das die Rakete ich bin der Verhandlung nicht schon was das war's Oh, ja, found it. Oh, das ist... Oh, okay, sorry, brother. Oh. Oh. Excuse me, oh. Oh. Hm. Auf jeden Fall nicht, Digga. Definitiv. Oh, da war die Humor, ja, ja, eben. Okay, alle. Gerne. Integrating new PDA data. Das ist die alte Stimme, die will ich haben, aber nö, natürlich nie. Ich bin mit dem PDA das ist die ganze Zeit. Oh, das ist der Lerner. Oh, das ist der Lerner. färbepflanze bis irgendwo an die türen nach ich will das hier nicht machen mein inventar bis der wachst du hast neun ich will mehr wir können nicht alle schön mit trachten wie hoch bin ich gerade ich sage mal 140 hier ist nichts mehr für mich ok dann gehe ich mal auch an die trinken worte lecker worte die dieses wort heizt mich auf hier wurde einfach geklärt und die sau ist hier runter gesprungen da gehe ich nicht heute noch ein pilot team oder ich bin ich sehe absolut nix hallo ja fertig braue ich braue ich nicht aber auch verdammt da die 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 das ist Ever since I was a kid, I always wanted to be so different from her. Scrappier, faster, way less play-by-the-rules. Was Sam working in the best interest of Altera? Yes, but they definitely didn't think so. We believe that individuals may operate in the best interest of the collective, or against the best interest of the collective. There is no in-between to us. So you always saw eye-to-eye on absolutely everything with your network? No. I think there is more to this story. And more to your sister's story as well. That's fine. Change the subject. We'll come back to it later. Ja, later. Ich möchte mir erstmal noch hier die letzte Teil formen. Wie heißt das? Mobile Fahrzeugstation. War mal sowas bist du. Oh, geil, hat's gewonnen, oder? Mal gucken, was ich dafür brauche. Ey, ich kriege so viele Stimmbruch, es ist nicht mal lustig. It is not funny anymore, man. Aber egal, so. Was muss ich damit machen? Was brauche ich? Was sag mir die Tamm, ja. Was? Nur fünf, ja. Ja, nur fünf, ja. Oh, it's gonna be a good time today. Let's go, blut. Computer Chip. Was brauche ich? Oh, ich bin einfach... Ich bin... Genial. Schwull. Gewusst, ich brauche Sachen. Später, wie ich dir rege... Momente. Hab ich doch gewusst. Äh, Hallo? Hä? Hier vielleicht? Maybe, also... jetzt noch eine schön aber wenn es pink ist sollte dann noch nicht dieser tropfen hochpink sein wieso ist es noch gelb von der first game boom mobile vehicle station let's go having a good time boom wo will ich dich platzieren ich brauch viel platz ok hier ist gut hier ist gut oh baby 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 seebahn home we macaroni warte so ich bin das wieder hier ich brauch viel mehr Sachen zweimal Glas, Bruder was werd ich jetzt machen, hm? ich hab alles schon ich hab alles schon guck mal hier was? achso ich brauch ein normales Glas, achso okay ich dachte schon wuuuuh 1 2 3 4 ich muss michne da ich hab alles dann erweitert das netzkabel er geht nach unten bitte kabel ist mein gott what do you want from me bro computer chip oh my god waaat na was soll man machen was er geht mir nicht zweimal kupfer bäm bäm ich würde zweimal und nicht einmal werden mal ich muss die tische korallis kriegen mein gott ja ja es wird dunkel mann ich habe mir ist das hier gemacht das kabelsatz und es war mir ein eisenbahn ich konnte wie big ballers let's get ready to rum lokführer auf dem das ok das ding ist so klar das ist ein meter breit das ist ein meter breit das aber ich bin zu schauen bis nichts